Bilanz, Zwischenbilanz, der Ampel, Rot, Grün, Gelb, was ist gelungen, was nicht, der ganz große Wurf oder ist das doch nur das Verharren im Klein-Klein? Irgendwo dazwischen sehen die meisten Beobachter diese Ampelkoalition nach einem Jahr. Das waren viele große Ambitionen, aber am Ende auch doch ein gewisser Realitätsschock, Regieren im Krisenmodus, das ist besonders und man muss Abspreche machen an den Maximalzielen. Die Bilanz also ist durchwachsen nach der mehrheitlichen Meinung und auch nach den Umfragen, Notizen aus zwölf Monaten Fortschrittskoalition. Die Ampelkoalition, kraftvoll wollte sie die Erneuerung Deutschlands angehen, modernisieren, gestalten. Tatsächlich waren die Minister der neuen Regierung von Anfang an vor allem eines, Dauerkrisenmanager. Da lief nicht alles glatt. Manches, wie der Tankrabatt, war gut gedacht, aber schlecht gemacht. Da sind auch viele Politiker und Politiker wirklich neu in diesen Positionen und gleich wirklich mit riesigen Problemen, die wir so seit Jahrzehnten vielleicht nicht hatten, konfrontiert. Da ist handwerklich einiges schiefgegangen, das stimmt, aber das war auch bei früheren Koalitionen und Regierungen durchaus der Fall. Nur standen sie vielleicht nicht so im Fokus, wie das bei dieser Ampel der Fall ist. Für die Ampel aber hieß es, keine Zeit zum Zögern und Zaudern. Politische Prozesse dauern sonst oft Monate oder Jahre. Diesmal mussten Lösungen her, jetzt, sofort. Es sind eben doch im Zuge des Krieges und auch all der Folgen, die damit verbunden sind, ganz andere, nämlich ökonomische Verteilungsfragen aufgekommen. Und gerade da tut sich die Ampel schwer. Da steht eben die FDP auf der einen Seite und Rot und Grün auf der anderen Seite. Gerade das bereitet der Ampel Probleme. Bisher hat man immer Lösungen gefunden, häufig, indem man einfach sehr, sehr große Summen in die Hand genommen hat, um alle Interessen bedienen zu können. Aber dieses Themenfeld der Ökonomie, da ist es wirklich schwierig für die Ampel. Bei allen Problemen mit der Welt da draußen, die Ampel ringt auch mit sich selbst. Immer wieder Zank zwischen den Parteien. Vor allem die FDP sieht sich im Abseits. In dieser Ampel-Koalition ist Streit unvermeidlich. Man merkt, dass alle drei Parteien letztlich doch darauf bedacht sind, eben auch das eigene Profil zu stärken. Und gerade in einer Situation, wo SPD und vor allem FDP in Umfragen schlechter dastehen als vor einem Jahr, sind die Parteien eben auch nervös. Also es ist ein echtes Dilemma. Der ständige Krisenmodus überlagert vieles andere. Tatsächlich hat die Ampel einiges auf den Weg gebracht. Von BAföG-Reform bis Mindestlohn. Deshalb ist trotz aller Probleme auch das Fazit. Also das ist schon eine bemerkenswerte Leistung, was wir da als Bilanz nach einem Jahr sehen. In Berlin bin ich jetzt verbunden mit Mario Czaja, als Mitglied des Deutschen Bundestages und Generalsekretär der CDU Deutschlands. Grüße Sie in die Hauptstadt, Herr Czaja. Schönen guten Morgen, hallo. Herr Czaja, schauen wir also auf ein Jahr Ampel. Ziehen wir eine kurze Zwischenbilanz. Als Fortschrittskoalition gestartet, wo es Licht, wo es Schatten. Üblicherweise sieht die Oppositionsrolle mehr Schatten vor. Naja, die Menschen in unserem Land merken, das Land wird deutlich unter Wert regiert. Es ist ein Zödern und Zaudern in dieser Bundesregierung. Der Bundeskanzler führt die Regierung nicht zusammen. Schauen Sie, was wir an einer Diskussion hatten um die Gasumlage, die Robert Habeck erst eingeführt hat und erst auf unseren Druck dann wieder abgeschafft wurde. Die Unterstützung der Bundeswehr macht Minister Lambrecht überhaupt gar nicht gut. Wir haben keine einzige Ausschreibung für die 100 Milliarden, die wir für die Unterstützung der Bundeswehr zusammen im Grundgesetz verankert haben. Und wenn Sie schauen, was Frau Feser derzeitig vorhat in der Frage der Migrationspolitik, dass sie illegalen Eingewanderten, die ihre Identität nicht klarstellen wollen, dass sie denen die Möglichkeit geben will, in unserem Land einen festen Aufenthalt zu haben. Das ist kein Beitrag zur notwendigen Fachkräfteeinwanderung, sondern ein Beitrag dazu, dass in unserem Land das Verständnis für gute Einwanderung eben nicht mehr gegeben ist. Ja, Herr Thayer, Sie sind gleich in Ihrer ersten Einschätzung schon bei Projekten und Personen. Lassen Sie uns noch kurz bei der Grundeinschätzung bleiben. Wenn Sie sagen, Deutschland wird unter Wert regiert, was hätten Sie anders gemacht, ganz konkret? Na, der erste Punkt ist, dass im Kanzleramt die Koalition nicht zusammengeführt wird. Das merkt man deutlich. Olaf Scholz führt diese Regierung nicht zusammen. Das Bundeskanzleramt funktioniert nicht. Sie werfen sich gegenseitig schon nach einem Jahr öffentlich vor, wo etwas nicht funktioniert. Diese Durchstecherei in dieser Regierung ist ja unsäglich. Und das bemerken, glaube ich, auch die Menschen im Land, dass da keine Führung im Kanzleramt zu sehen ist. Ja, was Sie noch nicht beantwortet haben, war die Frage, was Sie konkret anders gemacht hätten. Mehr geführt? Naja, das erste ist natürlich, dieses Land braucht eine klare Führung, wie das auch in unserer Regierungszeit eben war, dass man in den Koalitionsparteien sich auch anständig verständigt. Das hat bei dem einen oder anderen Punkt dazu geführt, dass man die Unterschiede nicht mehr klar erkennen konnte. Dass viele gesagt haben, wir wissen gar nicht mehr, wofür die Union steht. Das ist ein Problem in einer Regierung, in der man natürlich den Kompromiss manchmal vorwegnimmt. Das ist ein Problem gewesen, mit dem wir auch dann am Wahltag zu arbeiten hatten. Aber nichtsdestotrotz die Aufgabe des Bundeskanzleramtes ist, die Regierungsparteien zusammenzuführen. Und diese Debatte, dass man mit einer Richtlinienkompetenz arbeiten muss, um die Kernkraftwerke für drei Monate zu verlängern, obwohl wir es doch für zwei Winter jetzt bräuchten. Dass wir bei der Biomasse immer noch keine Entscheidung haben. Dass die Ausschreibungen bei der Bundeswehr nicht vorangekommen sind. Das ist alles auch Aufgabe eines Bundeskanzleramtes, die Dinge zusammenzuführen und die Minister endlich ein bisschen auf Zack zu bringen. Herr Czaj, ja, da wir bisher nur über den Schatten gesprochen haben, wollen wir doch wenigstens versuchen, noch ein bisschen Licht zu entdecken. Was ist möglicherweise gut gelaufen in diesen zwölf Monaten? Ja, wir haben natürlich eine Zeitenwende in Deutschland erlebt, die der Bundeskanzler am 27. Februar richtig formuliert hat. Es ist danach nur nicht sehr viel bei rumgekommen. Und die Unterstützung der Bundeswehr, die wir gemeinsam erreicht haben, war eine richtige Entscheidung. Die Ausschreibungen, die derzeit bislang noch nicht gelaufen sind, ist schwierig. Dass wir endlich eine Gas- und Strompreisbremse haben, wie wir es schon im März, April vorgeschlagen haben, ist richtig. Das Zögern und Zaudern in der Umsetzung ist aber schwierig. Insofern, Entscheidungen sind schon an der einen oder anderen Stelle auch richtige getroffen worden. Aber häufig zu spät. Und in der Umsetzung hadert es eben auch. Und es ist eben auch deutlich, diese Entscheidungen sind getroffen worden auf der Basis von Vorschlägen, die wir aus der Opposition gemacht haben. Herr Czaja, Sie haben im Grunde genommen auch schon die Personenkür und die Benotung aufgemacht mit dem Kanzler, wo Sie gesagt haben, Sie vermissen die Führung. Jetzt könnten wir quasi noch einen Blick werfen, auch auf den Vizekanzler, der es ja stilistisch ganz anders angeht und sagt, ich möchte meine Politik erklären. Hat das funktioniert aus Ihrer Perspektive? Robert Habeck hat in seinem Ministerium alle Fachleute entlassen und sie durch Lobbyisten, insbesondere Lobbyisten, die er von den Grünen schon lange kannte, ersetzt. Und das zeigt sich eben jetzt auch, dass er in grundsätzlichen ökonomischen Fragen kein Sachverstand mehr in seinem Ministerium auf der politischen Ebene hat. Und das merkt man bei ihm selbst. Er kann viele wirtschaftliche grundsätzliche Fragen nicht mehr erläutern und erklären. Es fehlt einfach am Basiswissen. Und das ist schlecht für unser Land, weil wir gerade jetzt in dieser Phase einen starken Wirtschaftsminister brauchen. Wir haben aber einen ideologischen Wirtschaftsminister bekommen. Und das tut dem Land und der Wirtschaft und der Arbeit nicht gut. Nehmen wir jetzt als Bewertung zur Kenntnis, Herr Czaja, tatsächlich gibt es eine Partei, mit der Sie auch mal auf Bundesebene regiert haben. Man hat den Eindruck, dass Sie mit dem Bundesfinanzminister, mit Christian Lindner etwas gnädiger umgehen, obwohl der ja durchaus als Hüter der Schuldenbremse noch mit diversen Schattenhaushalten aufwartet. Also da gibt es ein bisschen mehr Gnade bei Ihnen? Nein, das ist mitnichten der Fall. Die FDP ist eine große Enttäuschung in dieser Koalition. Sie lässt im Grunde alle rot-grünen Projekte durchlaufen und finanziert sie auch noch. Wir werden in den nächsten Tagen eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dazu haben, ob diese Schattenhaushalte von Christian Lindner überhaupt zulässig sind. Es ist die größte Staatsverschuldung, die Christian Lindner in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zu verantworten hat. 500 Milliarden Euro Schulden in seinem ersten Haushalt. Das ist ein gesamter Bundeshaushalt, noch einmal eine Schuldenaufnahme. Mehr Schulden, als wir von 1949 bis zur Wiedervereinigung in Bund, Ländern, Gemeinden und in den sozialen Sicherungssystemen hatten. Da kann man mitnichten Gnade weiten lassen, sondern es ist nicht generationengerecht. Und es ist ein Schuldenfinanzminister, den wir da derzeitig haben. Herr Czaj, noch ein Schlusspunkt. Sie haben verschiedene Projekte angesprochen. Bei Teilen sind Sie mit dabei gewesen. Das Bundeswehrvermögen haben Sie angesprochen. Trotzdem verfehlen wir dieses 2-Prozent-NATO-Ziel. Das ist natürlich international eine Blamage. Wir könnten jetzt noch die ganzen Politikfelder durchdeklinieren. Eines ist ganz wichtig. Deutschland ist eine Wirtschaftsnation, eine Exportnation, ein G7-Staat. Wie gefährdet es unser Wohlstand? Schlusseinschätzung. Ja, wir sind in den Ländern ja in der Verantwortung und haben ja auch konstruktiv unseren Beitrag geleistet bei der Frage der Finanzierung der Bundeswehr, aber eben auch bei wichtigen anderen Fragen der Gas- und Strompreisbremse. Wir sehen mit Sorge auf die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land, dass wir insbesondere bei der Frage der Energiesicherheit noch lange nicht da sind, wo wir derzeitig hinmüssten. Und haben Sorgen, wie die Entwicklung in unserem Land in diesem Herbst, in diesem Winter sein wird. Und um die wirtschaftliche Entwicklung kann man sich sehr viele Sorgen in Deutschland machen. Vielen Dank für diese Position heute Morgen im Phönix-Tagesgespräch. Mario Czaja war das Mitglied des Deutschen Bundestages, CDU-Generalsekretär. Vielen Dank. Bitteschön. Tja, und da sind wir zurück und wir wollen ein bisschen weiter schauen. Dieser Tag bietet ja einiges durchaus an, um mal zu schauen, damit nicht nur andere auf einen drauf gucken, hat man die Option, selber zu sagen, dass man gut war. Das kann man natürlich nicht unbeobachtet und unkommentiert lassen. Deswegen haben wir gedacht, es sei eine gute Idee, dass unsere Berlin-Korrespondent Erhard Schärfer ins Paul-Löbe-Haus geht und gleich den Damen und Herren, die gleich zu erwarten sind, auf die Finger schaut. Schönen guten Morgen, Erhard Schärfer, ins Paul-Löbe-Haus in den Deutschen Bundestag erst einmal. Guten Morgen, Ines Arland. Wir müssen uns wahrscheinlich gar nicht mit viel Zeit aufhalten, weil die Protagonisten dieses Pressestatements, dieser Pressekonferenz schon auf dem Weg sind. Und wahrscheinlich gleich auch schon vor den Mikrofonen angekommen sind, kann ich nicht sehen, weil das hinter mir passiert. Also wir erwarten Katharina Dröge und Britta Hasselmann, die beiden Vorsitzenden der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Rolf Mützenich, den Vorsitzenden der SPD-Fraktion und Christian Dürr, den Vorsitzenden der FDP-Fraktion. Im Hintergrund höre ich, dass diese Pressekonferenz dieses Statement schon angekündigt wird. Schauen wir direkt erst einmal rein und reden gleich drüber. Gemeinsam Statement der Ampel-Koalition, der Fraktionsvorsitzenden. Das ist Rolf Mützenich für die SPD. Das sind Katharina Dröge und Britta Hasselmann für die Bündnis 90 Die Grünen. Und Christian Dürr für die FDP. Rolf Mützenich beginnt, danach kommen die anderen. Wir kommen dann anschließend zu Ihren Fragen. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen im Namen meiner Fraktionskollegin und des Fraktionskollegen. Wir wollten heute, einen Tag bevor morgen sich die Wahl des vierten sozialdemokratischen Bundeskanzlers Jertz, uns nochmal daran erinnern, dass morgen vor einem Jahr das Parlament diese Regierung bestätigt hat, dass dies im Sinne einer Fortschrittskoalition von drei Fraktionen, gleichberechtigten Partnern auch auf den Weg gebracht worden ist. Und ich finde, dass das Parlament hier deutlich macht, dass es eben die Koalitionsfraktionen gewesen sind, die den Bundeskanzler gewählt haben, nochmal auch eine klare Selbstverpflichtung im Hinblick auf die Arbeit der Parlamentarinnen und Parlamentarier. und einer parlamentarischen Demokratie, die jeden Tag auch dafür arbeitet, dass auf der einen Seite Krisen gelöst werden, aber auf der anderen Seite eben auch Krisen verhindert werden. Und in der Tat, es ist nicht nur eine Fortschrittskoalition, sondern es ist eben auch eine Koalition, die sehr in diesem Bereich der letzten zwölf Monate Krisenpolitik betreiben musste. Wir wussten, dass die Pandemie eine Herausforderung ist. Wir wussten, dass der Umbau der Arbeits- und Wirtschaftswelt der Beginn auch für diese Fortschrittskoalition ist. Wir wussten aber nicht, dass wir einen beispiellosen Angriffskrieg von Seiten Russlands, von Seiten Putins, eben auch mitten in Europa entgegnen müssen. Und das Selbstverteidigungsrecht eines angegriffenen Staates, nämlich der Ukraine, stärken. Und auf der anderen Seite nichts unversucht lassen, dass dieser Krieg sich nicht ausweitet. Und sowohl das, was am 24. Februar passiert ist, aber auch am 27. Februar diesen Jahres die Regierungserklärung des Bundeskanzlers und unsere Antworten darauf erforderlich gemacht hat, prägt natürlich auch die Koalition. Dennoch will ich sagen, manche Kommentare, die ich in diesen Tagen gelesen habe, dass es eher ein Zufall gewesen ist, dass diese Mehrheit zustande gekommen ist, das trügt. Es ist nämlich eine Aufgabe, die nach meinem Dafürhalten über die Legislaturperiode hinausreicht. Und wenn ich mal vorsichtig anmerken darf, als selbstbewusstes Mitglied des Deutschen Bundestages, es ist indirekt auch eine Kritik am Souverän. Der Souverän hat nämlich diese Regierung ins Amt gebracht. Er hat sie mit einer Mehrheit ausgestattet. Und ich finde schon, dass alle Verantwortungsträger, die sich um die Demokratie auf der einen Seite verdient, aber auch auf der anderen Seite Sorgen machen, sehr darauf achten sollten, wie weit sie in der Beurteilung dieser Zeiten auch gehen. Umso wichtiger ist, dass wir 100 Gesetzentwürfe verabschiedet haben, dass wir ein gutes Kabinett mitgebildet haben, dass wir immer wieder lösungsorientiert sind. Aber ich will auch gleichzeitig sagen, sehr selbstbewusst, dass wir eben als Mitglieder von drei Fraktionen in der Lage sind, auch Vorlagen der Bundesregierung noch zu verbessern. Auch das ist eine ganz wichtige Frage. Und dass wir vor wenigen Wochen erst den ersten von uns gestalteten Bundeshaushalt auf den Weg gebracht haben, Das zeigt auch, dass diese Koalition zusammen mit allen Parlamentariern und Parlamentariern nicht nur handlungsfähig ist, sondern auch gestaltungsfähig. Und genau das wollen wir auch noch in der letzten Sitzungswoche vor der Weihnachtspause machen. Und Weihnachtspause klingt nach einem großen Begriff. Auf der anderen Seite werden wir sehr früh im Januar dann auch wieder zusammenkommen, um den Herausforderungen für 2023 auch gerecht zu werden. Ich möchte gern die Gelegenheit am Ende meines Statements noch mal nehmen, Ihnen zu danken, dass Sie bereit gewesen sind, uns in unserer Arbeit zu begleiten. Noch mal kritisch zu begleiten. Das ist ganz wichtig. Aber dass wir gegenseitig auch Respekt gegenüber den unterschiedlichen Institutionen in der Demokratie pflegen. Und wenn ich sagen darf, so will ich es auch in Zukunft halten. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ja, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Und vielen Dank für Ihr Interesse. Morgen vor einem Jahr hat die Ampel-Koalition, haben wir im Parlament den Kanzler gewählt und damit diese Arbeitskoalition aus SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP auf den Weg gebracht. Das alles in einer sehr schweren Zeit, die Corona-Pandemie, die Bekämpfung der Klimakrise und der furchtbare Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine bilden den Rahmen, in dem wir Entscheidungen treffen müssen. Das verlangt uns, das verlangt den Menschen, das verlangt Wirtschaft, Handwerk und Industrie wahnsinnig viel ab. Das wissen wir. Für uns als Arbeitskoalition stehen die Menschen im Mittelpunkt, steht die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger in dieser krisenhaften Zeit im Mittelpunkt. Wir haben gemeinsam als Parlamentarierinnen sehr selbstbewusst und klar unsere Arbeit aufgenommen und in den verschiedenen Politikfeldern gestaltet und gewirkt und die Bundesregierung an der einen und anderen Stelle unterstützt, flankiert und durch unsere parlamentarische Arbeit gestaltet. Das ist wichtig und notwendig in einer parlamentarischen Demokratie. Die wertgebundene Außenpolitik mit Haltung und klarem Kompass ist gerade in diesen Tagen ein wichtiges Instrument und ein wichtiges Signal in unserem Land, in Europa und in der internationalen Staatengemeinschaft. Die Unterstützung der Ukraine, die Solidarität, die humanitäre, militärische und wirtschaftliche Unterstützung sind bedeutend und die Menschen können sich dessen sicher sein. Gleichzeitig nach innen haben wir Entlastungspakete für die Bürgerinnen und Bürger auf den Weg gebracht, haben wir das Bürgergeld angestoßen, das Kindergeld erhöht und sind wir dabei, die Kindergrundsicherung vorzubereiten, um Familienunterstützung zu geben, um Familienunterstützung zu geben. Und zuletzt haben wir auf die Werte und die Lebenswirklichkeit in unserer Gesellschaft reagiert, indem wir die Frage der Abschaffung des 219a, das Chancenaufenthaltsgesetz und das Wahlalter 16 bei der Europawahl verankert haben. Auch der Aktionsplan QUIR zeigen, wir meinen es ernst, die Lebenswirklichkeit von Menschen anzuerkennen. Wir sind als Koalition vor einem Jahr gestartet, um dieses Land zu verändern. Und schon nach einem Jahr kann man sagen, es wird uns gelingen, dieses Land in Zukunft deutlich besser aufzustellen für die Herausforderungen, die vor uns liegen. Die Klimakrise ist die Aufgabe unserer Generation und wir sind die erste Koalition seit 16 Jahren, die den Klimaschutz in den Mittelpunkt ihres Handelns stellt. Wir haben trotz der Krisentempo gemacht beim Ausbau der Erneuerbaren, wir haben den Kohleausstieg in Westdeutschland geschafft, wir machen ernst mit der Wärmewende, wir sind aus der Energiekarte ausgetreten. Und wir haben mit dem 49-Euro-Ticket gezeigt, was geht, wenn drei Partnerinnen und Partner gemeinsam entschlossen handeln und wagen, einmal Strukturen infrage zu stellen. Das ist ein Versprechen für die Zukunft. Wir haben gezeigt, was geht beim Klimaschutz, wenn man bereit ist zu handeln und wenn man nicht immer nur das, man müsste mal, sondern das, es geht, in den Vordergrund stellt. Gleichzeitig war dieses Jahr geprägt von Krisen, von dem furchtbaren Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und wir als Koalition und die Bundesregierung und insbesondere Robert Habeck haben vom ersten Tag an daran gearbeitet, dass die Menschen in diesem Land gut und sicher durch dieses Krisenjahr kommen. Wir haben daran gearbeitet, dass die Gasspeicher jetzt für den Winter voll sind. Wir haben an Wirtschaftshilfen gearbeitet, an sozialen Entlastungen. Und wir haben es gleichzeitig geschafft, auch unsere Wirtschaft so aufzustellen, dass sie für die Herausforderungen der Zukunft besser aufgestellt ist. In der Verbindung von Klimaschutz und von Industriepolitik liegt die einzige Innovationsperspektive, die uns in Zukunft im Wettbewerb zwischen den großen Regionen, zwischen den USA und China fit für die Zukunft machen kann. Und das ist unser Versprechen für die nächsten Jahre, die Menschen sicher durch die Krise zu bringen und gleichzeitig das Land für die Zukunft aufzustellen. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Die Freien Demokraten sind in diese Regierungskoalition eingetreten, um Deutschland zu modernisieren. Wir haben einen Koalitionsvertrag geschlossen mit der Überschrift Fortschrittskoalition. Wir wollten mehr Fortschritt waden und genau das tut diese Regierungskoalition. Und ich will zunächst meinen Kollegen Britt Haßenmann, Katharina Dröge und Rolf Mützenich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesen sehr herausfordernden Zeiten danken. Die Zeiten sind herausfordernd. Als wir den Koalitionsvertrag schlossen, wussten wir nicht um einen fürchterlichen Angriffskriegs Russland gegen die Ukraine, der die Welt in Atem hält und der Europa und natürlich Deutschland in Atem hält. Wir haben Entscheidungen getroffen, die in der Vergangenheit unvorstellbar waren. Beispielsweise die Lieferung von Waffen in ein Kriegsgebiet, weil wir unsere Freunde in der Ukraine unterstützen wollen gegen den russischen Aggressor. Das waren Entscheidungen, mit denen wir zunächst natürlich nicht rechnen konnten, die wir aber schnell getroffen haben. Und genauso, wie wir dann schnell getroffen haben, Entscheidungen, um unser Land voranzubringen. Denn der Reformbedarf in Deutschland ist durch diese Situation umso deutlicher geworden. Deutschland braucht Reformen und diese Koalition hat es geschafft, in einem ersten Regierungsjahr ganz wichtige Reformen für unser Land anzustoßen. Ich will einige Beispiele nennen. Wir haben Entlastung geschaffen von über 50 Milliarden Euro für die hart arbeitende Mitte in Deutschland und gleichzeitig den Bundeshaushalt solide aufgestellt. Der Kollege Mützenich erwähnte gerade, der erste Ampelhaushalt ist ein Haushalt, wo wir die Schuldenbremse wieder für Deutschland einhalten, um ein starkes Deutschland in der Mitte Europas zu haben. Ich will ein weiteres Beispiel nennen bei der Planungsbeschleunigung, wo wir es geschafft haben, innerhalb weniger Monate ein LNG-Terminal in Wilhelmshaven, meinem Heimatland Niedersachsen, hinzubekommen, was jetzt in Betrieb gehen wird. Das hätte ja vor wenigen Monaten noch niemand geglaubt, dass Deutschland so schnell sein kann, angesichts vergangener Beispiele wie der BER oder die Elbphilharmonie, wo alles sehr, sehr lange gedauert hat. Wir sind also schnell gewesen in Entscheidung und haben es geschafft, in der Energiepolitik den Hebel umzulegen, hin zu Fortschritt und zu mehr Freiheitsenergien. Denn wir wollen ein klimaneutrales Deutschland in der Zukunft haben, was gleichzeitig wirtschaftlich stabil ist. Ich denke an die Einwanderungspolitik, die wir bereits jetzt neu ordnen. Mit dem Chancenaufenthaltsgesetz schaffen wir es, dass Menschen, die hier lange sind, vom Arbeitsverbot befreit werden und endlich am Arbeitsmarkt unterwegs sein können. Wir werden weitere Schritte an der Stelle gehen, denn Deutschland muss in unserer aller Interesse ein modernes Einwanderungsland werden. Ich denke an die Entscheidung in der letzten Woche im Deutschen Bundestag zu einem Freihandelsabkommen mit den liberalen Kanada, CETA, was jahrelang nicht möglich war. Das hat diese Koalition geschafft. Wir werden weitere Schritte im Freihandel gehen mit den Demokratien der Welt. Auch das ist eine gute Nachricht für die wirtschaftliche Stabilität und Prosperität unseres Landes in der Zukunft. Und ich denke an weitere Dinge, wie beispielsweise die Gesellschaftspolitik. Die Abschaffung des Paragrafen 219a war uns alle ein Anliegen, um dort einen gesellschaftlichen Konflikt zu befrieden, was uns gelungen ist an dieser Stelle. Und ich denke beispielsweise an die wichtige Digitalisierung. Mit der Gigabit-Strategie machen wir das konkret, was in der Vergangenheit Politiker nur versprochen haben, ein digitales, modernes Deutschland. Und ich denke natürlich an die Bildungspolitik. Mit den BAföG-Reformen geben wir Menschen, jungen Menschen, gleiche Chancen, unabhängig von ihrem Elternhaus. Denn uns interessiert nicht, wo jemand herkommt, sondern uns interessiert, wo jemand hin will. Und wir wollen gerade junge Menschen stärken. All diese Punkte waren uns wichtig. Und angesichts der herausfordernden Zeiten ist es, wie ich finde, bemerkenswert, dass wir das im ersten Regierungsjahr auf den Weg bringen konnten. Und viele der Dinge, von denen ich gerade sprach, ja nicht nur Gesetzeskraft haben, sondern bereits wirken in Deutschland. Und Herr Mützenich sagte es gerade, wir haben 100 Gesetze auf den Weg gebracht. Das ist zunächst eine Zahl. Aber ich glaube, die Zahl und die Punkte, die ich gerade erwähnte, die dahinterstecken, zeigen, dass diese Regierung nicht nur handlungsfähig ist, sondern tatkräftig. Britta Hasselmann sprach gerade von einem neuen Wort, was ich sehr angenehm fand. Eine Arbeitskoalition. Wir arbeiten jeden Tag sehr hart daran, Deutschland besser zu machen. Gerade wegen dieser fürchterlichen Krise, in der wir uns befinden, aufgrund des Angriffskrieges von Wladimir Putin. Gerade deshalb muss Deutschland moderner und besser in die Zukunft gehen. Das hat sich diese Koalition vorgenommen. Das setzen wir fort. Das erfordert manchmal harte Debatten. Gerade wenn man Entscheidungen schnell treffen muss. Und Kollege Mützenich, sehen Sie mir das nach. Das war früher nicht immer mein Eindruck zu jedem Zeitpunkt bei der Großen Koalition. Aber ich darf jetzt im Nachhinein sagen, wahrscheinlich lag es weniger an der SPD. Ist jedenfalls meine persönliche Analyse des ersten Regierungsjahres. Und vor dem Hintergrund freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit. Und bin frohen Mutes, freue mich jetzt natürlich auf die Weihnachtszeit. Ich wünsche Ihnen allen eine solche Gesegnete. Und die Arbeitskoalition ist eine Fortschrittskoalition. Und Deutschland wird weiter moderner. Vielen Dank. Vielen Dank den Fraktionsvorsitzenden. Kommen wir zu Ihren Fragen. Der erste war Herr Röthle. Herr Röthle. Ich will sagen, Herr Röthle, auf sowas achte ich überhaupt nicht. Sondern ich achte darauf, dass wir gute Ergebnisse in der Regierungsarbeit und dann eben. Und so ist das nun mal in der parlamentarischen Demokratie hier im Deutschen Bundestag entscheiden. Genauso wie wir den Bundeskanzler Olaf Scholz gemeinsam gewählt haben. Genauso entscheiden wir grundsätzlich über Gesetze. Und alles das, was das Kabinett vorlegt, und das sind alle Minister dieser Regierung, die werden kritisch hinterfragt. Und da, wo es notwendig ist, auch verbessert. Haltungsnoten spielen in einer parlamentarischen Demokratie überhaupt gar keine Rolle. Die Menschen interessieren sich letztlich dafür, was für sie in diesen Entscheidungen auch herauskommt. Und die Menschen haben zurzeit Sorgen. Sie haben eigene Sorgen finanzieller Natur. Sie haben aber auch die Sorge, dass sich dieser Krieg nicht ausweiten darf. Sie haben Sorgen um das Klima. Und alles das sind Fragen, die wir annehmen, zusammen mit diesem Kabinett. Und deswegen will ich sagen, wir streiten hier gemeinsam in der Arbeitskoalition, die dem Fortschritt verpflichtet ist, wenn ich mal so weit sagen darf. Und von daher bin ich guten Mutes, dass das Zusammenspiel mit dem gesamten Kabinett und der Koalition gut funktioniert. Ich bin nicht angetreten, Herr Rüttler, um irgendwelche Probleme zu ignorieren, sondern ich bin angetreten, um Probleme zu lösen. Und Sie haben ja gesehen, dass wir gemeinsam Probleme lösen können. Insbesondere dürfen wir es auch nicht auf eine einfache Ebene zurückziehen. Dafür sind die Herausforderungen zum jetzigen Zeitpunkt zu groß. Es geht nicht darum, wer wie in der Öffentlichkeit auf irgendeinem Bild wirkt, sondern es geht darum, dass die Menschen sich daran gut aufgehoben fühlen, was wir für Entscheidungen treffen. Und daran arbeiten wir sehr stark aus dem Parlament heraus. Die Kollegin hier vorne. Ja, vielen Dank, Herr Müttler. Sie haben es gerade gesagt, am Ende entscheidet das Parlament. Das bedeutet aber auch, dass am Ende sich hier den Laden und den gesamten Laden zusammenhalten müssen. Und das war ja vermutlich nicht immer ganz leicht, weil im Sommer, als die Differenzen zwischen den drei Partnern teilweise sehr deutlich zu Tage geblieben sind. Wie schwer war das, hier für Kompromisse immer zu werben, die Lernen zusammenhalten? Und was haben Sie da aufeinander vielleicht gelernt in den ersten Jahren? In der Tat, der letzte Satz, den Sie gesagt haben, das sind Lernprozesse, die wir miteinander haben. Gut ist, dass wir uns aufeinander verlassen können, dass wir uns auch kennen, dass wir auch wissen, wie weit man gehen kann und wo man aber auch Lösungskorridore findet. Das ist etwas, was man durch parlamentarische Arbeit, finde ich, ganz gut lernen kann. Deswegen sind das in der Tat auch Lernprozesse. Und ich würde mal sagen, dass im Hintergrund, wenn Sie das Kanzleramt vielleicht auf dem Bildschirm haben, werden Sie vielleicht sehen, dass hier letztlich diejenigen stehen, die vom Souverän mit der Frage ausgestattet worden sind, dieses Land gut auch durch die Krisen zu bringen. Und ich will sagen, ich habe sehr stark eine lösungsorientierte, eine kraftvolle und letztlich auch eine souveräne Haltung in den Fraktionsspitzen dieser Koalition erlebt, die gleichberechtigte Partner sind. Und so wollen wir es auch weiterhin halten. In der Tat, es ist eine Arbeitskoalition auf Augenhöhe. Und ich glaube, wir alle vier wissen um den Wert und die Bedeutung der parlamentarischen Demokratie und der Arbeit im Parlament. Und deshalb geht es auch nicht um Befindlichkeiten oder Haltungsnoten, sondern das Ergebnis zählt. Und wenn man sieht, dass in so einer krisenhaften Zeit, in der wir wirklich sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch in so schwierigen Situationen sind, haben wir die Kraft gefunden, nahezu 100 Gesetze und Gesetzesvorhaben, die dieses Land verändern, die Veränderung bewirken, auf den Weg zu bringen. Und das ist das, was am Ende zählt. Und da zählt natürlich auch große Verlässlichkeit aufeinander. Und auch intensive Debatten und Diskussionen in den Fraktionen und miteinander. Alles andere würde ja auch eine lebendige parlamentarische Demokratie gar nicht auszeichnen. Und deshalb bin ich froh, dass uns das in dieser sehr schwierigen Zeit so gelungen ist. Wenn ich an der, Frau Rosbach, an der Stelle ergänzen darf, es gibt ja den schönen Satz, man soll sie bei ihren Taten messen, nicht bei ihren Worten. Und ich habe, wir alle haben gerade einige Beispiele genannt, was diese Koalition trotz dramatischer Umstände in einem ersten Regierungsjahr geschafft hat. Nicht nur an Gesetzen durch den Bundestag gebracht, sondern ganz konkret die Lebenswirklichkeit von Menschen geändert hat. Ich denke beispielsweise ans Bürgergeld, was wir sogar durch den Bundesrat auch ohne eigene Mehrheit am Ende bringen konnten. Das Thema mehr Arbeitseinreize, Menschen in den Arbeitsmarkt zu bringen, ist ja ein besonderes Herzensanliegen auch von uns allen. Also kurzum, da ist viel passiert. Und mir ist absolut bewusst, dass auch öffentliche Debatten geführt werden. Das gehört aber zur parlamentarischen Demokratie auch dazu. Es wäre ja vollkommen intransparent, wenn man sagen würde, wir sind sozusagen fusioniert und reden nicht mehr mit der Öffentlichkeit. Nein, im Gegenteil. Es gibt hier und da unterschiedliche Auffassungen, aber am Ende zählen die Taten. Und da, glaube ich, kann man anhand der Beispiele sehen, dass das Taten mit Substanz sind, die unser Land vorangebracht haben. Und manchmal empfiehlt es sich dann sozusagen nicht, also Berlin-Mitte ist ein fantastischer Ort, aber nicht ausschließlich aus der Berlin-Mitte-Perspektive zu denken, sondern an das ganze Land. Und da ist viel auf den Weg gebracht worden, viel angefangen worden, aber bereits im ersten Jahr auch viel vollendet worden. Der Kollege hier, der war der Nächste. Der Kollege von der NLTV, ein Jahr Ampel-Koalition bedeutet ja auch, ein Jahr der Kanzlerschaft von Herrn Scholz. Nun begleiten seine Aktenverständigen hier ständig und es ist ein Markenzeichen geworden. Glauben Sie, das passt zu ihm und warum glauben Sie, kam es zu diesem Markenzeichen? Also ich muss sagen, mich begeistert eigentlich, dass Olaf Scholz an traditionellen Arbeitsmitteln festhält. Und wenn in dieser Tasche gute Inhalte sind, dann soll er diese Tasche auch weiterhin durch sein Leben tragen. Und ich weiß, dass darin nicht nur das Parteibuch ist, sondern eben auch gute Kabinettvorlagen, die im Parlament noch etwas verbessert werden. Ich mutmaße, da ist auch ein Tablet drin, wegen Digitalisierung und so, also von daher. Der Kollege dort hinter der Kamera. Da sehen Sie, das ist überhaupt nicht meine Wahrnehmung. Ich war jetzt zwei Tage in Wahlkreisen von Abgeordneten gewesen, die gerade in den Deutschen Bundestag gewählt worden sind. Und dort fragen die Leute eben nicht und orientieren sich nicht an irgendwelchen Umfragen, wo man auch manchmal gar nicht weiß, wie der Auftraggeber das Erkenntnisinteresse auch definiert hat gegenüber den Instituten, sondern geht es darum, dass man Probleme löst. Und wir lösen in diesen Stunden, in diesen Tagen gemeinsam Probleme. Nächste Woche wollen wir die Gas- und Strompreisbremse durch den Deutschen Bundestag bringen. Wir haben 200 Milliarden Euro in die Hand genommen, um Menschen Zuversicht auf der einen Seite zu geben, aber eben auch Entlastungen. Und wir müssen eben schauen, was ist von den Menschen auch an Hilfestellung gewünscht. Und deswegen will ich sagen, ich kann das nur als Empfehlung, noch nicht mal als Rat Ihnen geben, um sich nicht alleine an Umfrageergebnissen zu orientieren, sondern an dem, was die Menschen zurzeit brauchen, was sie beschäftigt. Das muss man mitbekommen. Auch in Berlin-Mitte, auch wenn das ein angeblich schöner Ort ist, muss ich sagen, da zählt bei mir mehr als diese Meinungsumfragen, sondern eben insbesondere die Befindlichkeit der Bürgerinnen und Bürger. Und wenn ich das vielleicht noch einmal ergänzen darf. Wir haben ja dieses Jahr gehabt, das geprägt war von Krisen. Und natürlich sorgen Krisen auch für Verunsicherung bei den Menschen. Haben Sie Fragen an die Politik? Wie antwortest du auf meine konkrete Lebenssituation? Und da sind uns große Schritte gelungen, jetzt alleine mit dem Abwehrschirm in Höhe von 200 Milliarden Euro, die wir für Strom- und Gaspreisbremsen zur Verfügung stellen. Das ist jetzt unsere Botschaft auch zum Ende des Jahres und auch als Ausblick an das nächste Jahr noch mal. Wir sorgen dafür, dass wir die Menschen in dieser schwierigen Zeit nicht alleine lassen. Aber dass gerade in einer Zeit, in der so viel Verunsicherung da ist, die Frage, wie sichern wir Frieden in Europa? Wie komme ich wirtschaftlich angesichts der hohen Inflation in die Zukunft? Dass Menschen da Fragen an die Regierung stellen, das finde ich absolut normal. Und es ist unser Job als die Abgeordneten, die auch in den Wahlkreisen vor Ort sind. Und Rolf Mützenich und ich würden wahrscheinlich gemeinsam sagen, dass Köln, Ehrenfeld, Nippes und Chorwale der schönste Ort Deutschlands sind, dass dort die Fragen beantwortet werden, dass wir dort in den Dialog mit den Menschen treten. Und dann können wir das auch erklären. Ich will nicht korrigieren, aber ich finde die Gemeinde Gandergese im Landkreis. Das ist fantastisch. Ihr habt nicht über Bielefeld gesprochen. Da fahren wir durch. Frau Kollegin. Ich habe zwei Fragen. Und zwar einmal, Frau Hasselmann, Sie haben ja offensichtlich, sind Sie gerade auf den Begriff der Arbeitskoalition gekommen. Da wollte ich einmal fragen, wie sind Sie darauf gekommen und was wollen Sie damit genau ausdrücken, außer dass Sie arbeiten wollen? Also wie kam es dazu? Und dann wollte ich noch Herrn Mützenich fragen und auch Herrn Dürr. Was ist das so schlecht? Ich wollte Sie und Herrn Dürr fragen. Und zwar ist ja auch vor allem während der Corona-Pandemie die Macht sehr auf die Seite des Kanzleramts gewandert, sehr in die Exekutive gewandert. Sie haben das Zentrum wieder ein bisschen verschoben Richtung Parlament. Haben Sie das Gefühl, dass auch die Exekutivkräfte im Kanzleramt und in den anderen Ministerien das respektieren? Und wie hat das die parlamentarische Arbeit auch wieder verändert? Britta, du was? Ach so, ja. Ich zur Arbeitskoalition. Ja, ich finde, wenn man sich uns anguckt und die drei Fraktionen ansieht und sieht, mit was wir in diesem Jahr konfrontiert wurden von außen, also die Multiple Krisensituation und am Ende die fast 100 Gesetzgebungsverfahren, Gesetzesvorhaben, die wir beschlossen haben, dann ist der Ausdruck der, dass wir wahnsinnig intensiv gearbeitet haben daran. Und zwar nicht nur auf Seiten der Bundesregierung und der sie tragenden Ministerien, sondern im Parlament. Denn jedes dieser Gesetzesvorhaben wurde in den Fraktionen intensiv beraten, von unseren hochgeschätzten Fachabgeordneten und dann natürlich zwischen uns PartnerInnen beraten, Grünen, SPD und FDP. Und das bedeutet, wir arbeiten intensiv an Krisenbewältigung, an Unterstützung für Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Industrie und an der Realisierung unserer Vorhaben und der Veränderung und dem Nahekommen der Lebenswirklichkeit von Menschen. Und das habe ich umschrieben mit der Tatsache, dass wir eine Arbeitskoalition sind. Und ich glaube, mit der Beschreibung können wir alle ganz gut leben. In der Tat würde ich vielleicht gerne nochmal auf Ihre Frage eingehen. Und für mich gilt, diese Demokratie in Deutschland, die immer wieder auch vor großen Herausforderungen steht, wird gestützt von eben, ich nenne es jetzt mal Arbeitsteilung, man kann es auch Machtgleichgewicht nennen, zwischen der Exekutive, der Judikative und der Legislative. Und selbst wenn auf diesem Bundeskanzleramt nicht durch Herrn Scholz, sondern durch jemand anderes, den Bauherrn oder den Interessengeber hergeleitet, vielleicht zwei Backsteine etwas mehr aufgelegt worden sind, als hier das Paul-Löbe-Haus, wo wir uns treffen, begegnen wir uns auf Augenhöhe. Und in dieser Legislative sind eben diejenigen versammelt, die in den Wahlkreisen oder über die Landesliste gewählt worden sind, mit einer hohen, Britta Hasselmann und Herr Dörr und Katharina Dröge haben es gesagt, hohen Fachkompetenz. Und dass wir immer wieder darum streiten, den besten Weg gemeinsam zu finden und dass die Opposition uns auch hier herausfordert und herausfordern muss, das gehört mit dazu. Aber ich glaube, manchmal bedarf es auch, deutlich zu machen, dass zu dieser Souveränität eben auch dieses Parlaments dazugehört. Und da geht es nicht um die Größe der Gebäude, sondern geht es um die Größe der Lösungen. Und die haben wir in dem vergangenen Jahr, seitdem wir eine neue Regierung haben, auch immer wieder gefunden. Frau Höne, vielen Dank für die Frage auch zum Thema Reparlamentarisierung bei Corona. Die Reparlamentarisierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie war ja ein Herzensanliegen auch gerade meiner Partei. Und das ist gelungen. Und ich will an der Stelle sagen, da sind uns keineswegs Steine von der Regierung oder gar vom Kanzleramt in den Weg gelegt worden, sondern im Gegenteil. Diese Regierung, die Bundesregierung hat diese Reparlamentarisierung der Pandemiebekämpfung ausdrücklich unterstützt. Also es ist nichts, was wir sozusagen mit Macht an uns ziehen mussten, sondern die Koalitionspartner, die Parteien hatten sich darauf geeinigt. Und am Ende ist das ein sehr erfolgreicher Weg für Deutschland gewesen. Wir haben diese Pandemie in den Griff bekommen. Ich will nicht medizinisch darüber philosophieren, was, wie, wann eine endemische Phase ist. Das haben wir nicht zu entscheiden im Zweifelsfall. Aber die Tatsache, dass wir, wenn es um Freiheitsrechte geht, im Parlament darüber reden, ist so unfassbar wichtig und konstitutionell für die parlamentarische Demokratie, dass uns das gemeinsam gelungen ist, ist ein Meilenschritt gewesen. Und im Nachhinein, glaube ich, gerade in der Pandemiebekämpfung in der Sache, war es auch der richtige Weg. Parlamente sind keineswegs langsamer als die exekutive Seite. Im Gegenteil, manchmal sind sie sogar schneller. Wenn ich mir im Nachhinein anschaue, wie lange die Ministerpräsidentenkonferenzen, also ein rein exekutiv geprägtes Organ, für Entscheidungen gebraucht hat und wie schnell der Deutsche Bundestag war, zeigt das, dass Parlamente sehr flexibel sind und sehr schnell sind und ich würde mal sagen, mit einer Fortschrittsgeschwindigkeitskoalition eben noch schneller. Und insofern ist uns am ganz konkreten Fall Corona gelungen, die Pandemiebekämpfung zu verwirklichen und gleichzeitig die demokratische Kontrolle sicherzustellen. So, wir haben jetzt noch eine Minute. Ich habe noch Herrn Polanski und Herrn Rödle oder einen von beiden. Herr Rödle, da war offenbar geplant, dass Soldaten in den Bundestag einmarschieren und Abgeordnete mit Handschellen abführen. Wie sehr beunruhigt sich das? Wie sehr nehmen Sie das ernst? Ich bin froh, dass die Sicherheitsbehörden offensichtlich in der Lage gewesen sind und scheinbar ohne den Ergebnissen vorzugreifen, handelt es sich ja um eine große Sicherheitsoperation mit verschiedenen Institutionen, die offensichtlich vor dem Hintergrund auch klarer Bedrohungen jetzt handeln mussten. Dass offensichtlich, wie ich erfahren musste, auch eine ehemalige Parlamentarierin in diese Ermittlungen und auch Feststellungen involviert war, beunruhigt mich sehr. Insbesondere vor dem Hintergrund, wenn ich jetzt das persönlich sagen darf, ich in bleibender Erinnerung habe, wozu offensichtlich eben die AfD auch damals bereit gewesen ist, nämlich eine massive Verletzung der Souveränität des Parlaments zuzulassen durch Demonstranten unmittelbar im Gebäude und dass eben Vertreter des Souveräns auch bedroht wurden. Dies scheint hier eine Fortsetzung gefunden zu haben. Und umso wichtiger ist, dass wir eine wehrhafte Demokratie sind. Und ich kann nur für meine Fraktion, aber ich glaube auch für die Koalitionsfraktionen sagen, ich danke sehr den Sicherheitsbehörden, dass sie nicht nur ermitteln, sondern dass sie auch in der Lage sind, mit den Ländern hier auch zu handeln und dass das Parlament offensichtlich mehr und mehr in den Fokus auch derjenigen gerät, die bereit sind, möglicherweise auch zu Gewalt anzuwenden. Das macht Parlamentarierinnen und Parlamentarier betroffen, aber das darf sie nicht an ihrer Arbeit hindern. Und ich will Ihnen auch denjenigen, die hier arbeiten, sagen, Sie haben alle Unterstützung von unserer Seite aus und ich glaube auch von Seiten der Sicherheitsbehörden, die auch für dieses Umfeld mit sorgen. Ich kann mich dem nur anschließen. Wir nehmen das, was wir heute erfahren mussten, sehr ernst. Der rechtsextreme Terrorismus gehört zur größten Gefahr für unsere Demokratie. Und es ist enorm wichtig, dass die Sicherheitsbehörden jetzt so schnell gehandelt haben, aufgeklärt haben. Und auch wir schließen uns dem Dank an die Menschen an, die in den Sicherheitsbehörden jeden Tag für den Schutz unserer Demokratie arbeiten. Aber die Vergangenheit und auch das, was wir heute lernen mussten, zeigt, worum es im Kern geht. Es geht rechtsextremen Organisationen darum, den Kern dessen, was diesen Staat ausmacht, in Gefahr zu bringen. Es geht um die Demokratie in der Sache selbst und da müssen Demokraten in dieser Zeit zusammenstehen. Wir alle gemeinsam im Parlament haben den Auftrag, uns hier sehr selbstbewusst und entschlossen dem entgegenzustellen. Und auch diese Bundesregierung und wir als Koalitionsfraktionen haben die Arbeit gegen Rechtsextremismus, die Aufklärung über Rechtsextremismus und die präventiven Informationen zum Kern unserer Arbeit gemacht. Der Tag heute zeigt, wie dringend das notwendig ist. Diese Festnahmen und diese Ermittlungen, die am heutigen Tag bekannt geworden sind durch das Bundeskriminalamt und den Generalbundesanwalt, zeigen, dass wir eine wehrhafte Demokratie sind, ein wehrhafter demokratischer Rechtsstaat. Und wenn sich diese ersten Berichte bestätigen, dass eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete in diese Verschwörung verstrickt ist, dann zeigt das, in welchem Sumpf sich die AfD als Partei befindet. Mit denen geht es mitnichten um Deutschland, sondern in Wahrheit um die Zerstörung der parlamentarischen Demokratie. Und gerade als Fraktionsvorsitzende stellen wir uns schützend vor diese parlamentarische Demokratie, die von dieser Seite angegriffen wird. Nochmal, es geht denen nicht unser Land, nicht die Menschen in Deutschland, sondern darum, das System, die Demokratie kaputt zu machen. Und diese Wehrhaftigkeit zeigt sich heute bei den Sicherheitsorganen, aber die zeigt sich auch im Deutschen Bundestag, auch im Umgang unsererseits mit dieser Partei. Und soweit die Fraktionsspitzen von SPD, Bündnissen, Grünen und FDP zur Bilanz. Ein Jahr Ampelkoalition, das haben wir uns gemeinsam angesehen und angehört mit unserem Korrespondenten, mit Erhard Schärfer. Er hat nach einem Jahr, und Sie haben auch intensiv die Regierungsbildung und Koalitionsbildung begleitet, geht es ja so ein bisschen um Wunsch und Wirklichkeit und mal abzuschätzen, in welchem Verhältnis was eingetroffen ist. Was nehmen Sie wahr aus Ihrer Berliner Perspektive? Eine große Frage, Ines Arland. Man muss ja natürlich feststellen, dass die Pressekonferenz, die wir hier eben erlebt haben, natürlich nur in überwiegend die positiven Seiten geschildert hat, dieser Koalition. Sie kann da auch, glaube ich, viele Punkte machen, was das vergangene Jahr angeht. Die Koalition hatte ja noch gar nicht begonnen zu arbeiten, als sie schon unter Druck war, noch damals durch die akut notwendigen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Es hat sich dann verschärft im Februar durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und es ist ja im Laufe des Jahres auch nicht besser geworden. Die Energiekrise kam dazu oder die Energiekostenkrise, um genau zu sein, eine Inflationsrate, wie man sie hier bei uns im Land lange nicht gesehen hat und viele andere Dinge auch. Wenn man vor diesem Hintergrund das Ganze mal nüchtern betrachtet, die Punkte sind ja teilweise angesprochen worden, ist auch parallel von diesen großen Entlastungspaketen, die es gegeben hat, von diesen vielen Entscheidungen, die getroffen worden sind, auch hinsichtlich beispielsweise der Bundeswehr, auch wenn da längst nicht alles umgesetzt ist oder teilweise auch noch nicht begonnen, doch jede Menge Gesetzesvorhaben verabschiedet worden und durchgesetzt worden, die dort doch zeigen, dass es zumindest stimmt, was Britta Hasselmann sagt, wenn sie von einer Arbeitskoalition spricht. Also viele Vorhaben, die auch den Menschen geholfen haben, Bürgergeld, Kindergelderhöhung sind Stichworte. Und da könnte man noch eine relativ lange Liste dazugeben. Die Auftritte, das, was man heutzutage Performance nennt, das war nicht immer überzeugend. Und er hat, Sie machen da gerade den zweiten Punkt auf, den ich gerne mit Ihnen machen würde, auf jeden Fall, nämlich das Wording, wie wir so gerne neudeutsch sagen, darüber, wie man sozusagen die Wirklichkeit beschreibt. Da war tatsächlich in der Begrifflichkeit bei Herrn Mützenich der Begriff von der Krisenkoalition, bei Britta Hasselmann, Sie haben es angesprochen, die Arbeitskoalition. Und nur Christian Dürr, der FDP-Mann, sprach noch von der Fortschrittskoalition. Heißt das, dass sich ein bisschen bewahrheitet, wo alle auch ein bisschen hergekommen sind, nämlich in einer etwas unterschiedlichen Wahrnehmung von Realität? Die werden Sie auch weiterhin haben. Sie haben auch weiterhin andere Parteiprogramme und Sie haben auch weiterhin andere Schwerpunkte. Das war im Vorhinein klar. Das hat man über das Jahr immer sehr intensiv beobachten können. Ich vermute mal, dass es hier vor dieser Pressekonferenz die eine oder andere Absprache gegeben hat, wer an welcher Stelle was betont oder nochmal deutlich macht. Es hat sich ja verteilt. Ingwer Rolf Mützenich hat gesagt am Anfang, dass er das als eine Aufgabe betrachtet, das, was im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurde, dass über diese Legislaturperiode, über diese Wahlperiode hinausgeht. Über die Worte Arbeitskoalition haben wir schon gesprochen und Christian Dürr haben sie auch erwähnt. Also man wird sich das am Anfang ein bisschen aufgeteilt haben, wer worauf Bezug nimmt, damit nicht alle dasselbe sagen. Aber es wird natürlich auch so bleiben. Diese drei Parteien, diese drei Fraktionen haben in Teilen unterschiedliche Vorstellungen. Und sie sind nichtsdestotrotz in diesem einen Jahr in vielen Punkten jeweils über ihre eigenen Schatten gesprungen. Das muss man vielleicht auch mal festhalten. Auch wenn nicht alles so wirklich gut gelungen ist. Auch wenn es geruckelt hat, wie manche heute sagen. Auch wenn vieles gedauert hat, was durchaus kritikwürdig ist in der Umsetzung dann. Aber sie haben sich alle bewegt auf ihre eigene Art und in Feldern, die sie alle für ihre Parteien durchaus auch Überzeugung gekostet hat, hinsichtlich der Parteien und ihrer Mitglieder. Wenn wir nur gucken, Laufzeitverlängerung Atomkraftwerke oder längere Laufzeiten für Kohlekraftwerke bei den Grünen. Ein schwieriger Prozess. Die zusätzlichen Schulden, die aufgenommen worden sind, eine schwierige Entscheidung für die FDP. Wenn man auf die SPD guckt, das Sondervermögen für die Bundeswehr, das 2-Prozent-Ziel für die NATO auch. Auch das, wie gesagt, kritikwürdig. Noch lange nicht erreicht und in vielen Teilen noch nicht umgesetzt. Aber auch ein großer Schritt, der da nötig war bei der SPD. So haben sie sich alle mächtig bewegen müssen und haben vor diesem Hintergrund dann doch eine Menge zustande gekriegt. In den öffentlichen Auftritten hat sich das nicht immer wieder gespiegelt. Ich verweise auf vor wenigen Tagen ein Interview, das Wolfgang Kubicki gegeben hat und gesagt hat, der Bundesgesundheitsminister werde wohl diese Legislaturperiode im Amt irgendwie nicht überstehen. Das finde ich vom Stil her, na sagen wir mal, ein bisschen bedenklich, dass man wie ein Oppositionspolitiker auf einen eigentlich Koalitionskollegen einschießt. Ja, und dann könnten wir zum Abschluss, wenn Sie mögen, noch auf einen kleinen stilistischen Punkt kommen, was wir hier erlebt haben. Drei Parlamentarier, was wir wissen, eine Koalition wird getragen durch die verschiedenen Machtzentren, durch die Parteien, durch das Kanzleramt, aber eben auch durch das Parlament und die Fraktionsspitzen dort. Wie viel Selbstbewusstsein haben Sie heute hier rausgehört in diesem Prozess? Das fand ich ziemlich groß und ziemlich ausgeprägt. Man muss natürlich immer gucken, was tatsächlich auch an Diskussionen stattgefunden hat zwischen den Fraktionen. Das macht natürlich eine positive Beschreibung auch nicht immer leicht. Aber alle drei haben ja betont, dass sie viele Entscheidungen zurück ins Parlament geholt haben, durchgängig und sich nicht vom Kanzleramt vorschreiben lassen, was sie umzusetzen haben. Es hat ja auch viele Korrekturen gegeben an manchen Gesetzesinitiativen, die aus der Bundesregierung gekommen sind, durch die Koalition. Man lässt sich auch, auch das war deutlich noch mal kurz vor Schluss in Sachen Corona-Pandemie oder Ministerpräsidentenkonferenz. Morgen ist ja wieder eine, wie viel in diesen Bund-Länder-Runden die Länder versucht haben, irgendwie einzu, vorzugeben, was die Corona-Politik angeht. Auch da sagt Christian Dürr, da hat sich das Parlament seiner Entscheidungskraft zurückgeholt. Das kann man unterschreiben, da hat er durchaus recht. Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung und Einordnungen und Hintergründe. Erhard Schärfer, unser Berlin-Korrespondent, danke Ihnen und Grüße an die Spree ins Paul-Lübe-Haus. Merci. Ja, meine Damen und Herren, wir wollen hier im Studio noch ein bisschen aufnehmen und an ein paar Punkte aus diesen zwölf Monaten anknüpfen. Vielleicht auch dies und das noch mit einem kleinen Einspiel und einem O-Ton versehen. Und ich freue mich, dass deswegen die Zeit gefunden hat, zu uns zu kommen. Professor Volker Kronenberg von der Universität Bonn, Politikwissenschaftler. Wichtig ist ja, dass Politik es schafft, das haben schon viele Vorgängerregierungen auch erlebt, ihre Arbeit angemessen zu erklären und Kommunikation. Zumindest in der Person des Kanzlers würde man sagen, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Aber wenn Sie mal all in all jetzt eine Einschätzung treffen sollten, wie würde die aussehen? Frau Arland, der Befund ist absolut zutreffend. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in den, das haben wir in der Pressekonferenz bei den Nachfragen immer wieder auch gehört, in den Umfragen, so ein Stück weit Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die sicherlich weniger begründet liegt in dem, was völlig zu Recht Herr Schäfer gesagt hat, dass die Regierung nicht arbeitet und nicht Maßnahmen ergreift. Und von 268 Vorhaben, die auf den 141 Seiten des Koalitionsvertrags stehen, sind immerhin schon 30 Prozent angegangen worden. Das ist das eine, die Sacharbeit. Das andere ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, das Erklären. Nun muss man natürlich hier auch fair sein. Und man muss natürlich sehen, erstens, es handelt sich, und das ist, glaube ich, lohnenswert, nach einem Jahr das noch mal zu betonen, eine Koalition wieder will. Diese drei Parteien wollten vor einem Jahr nicht wirklich miteinander reagieren. Dann haben sie zusammengefunden, weil es rechnerisch notwendig war. Und dann haben sie sich auf einen Vertrag geeinigt, der ein ganz bestimmtes Narrativ hatte. Ein Fortschritt wagen, das war die Anleihe an Willy Brandt, die 70er Jahre, der Aufbruch gesellschaftspolitisch. Das waren so Politikfälle. Und dann kam sozusagen dieser Crash, dann kam dieser Krieg und dann kam diese Krise. Dann kam sozusagen ja ein Bruch auch in diesem Narrativ. Und dann kam Krisenmanagement. Und jetzt sozusagen erlebt man die Versuche, und das haben Sie eben ja zurecht angesprochen, also es ist die Krisenkoalition, die Arbeitskoalition, das ist doch die Fortschritt. Man versucht das natürlich auch wieder zusammenzubringen. Und was der entscheidende Punkt ist, und da ist tatsächlich sicherlich auch beim Bundeskanzler noch nicht wirklich die Einsicht da, dass man das Ganze sozusagen auch besser tatsächlich in einen Gesamtrahmen einbetten muss und deutlich machen muss, wo stehen wir jetzt und wohin wollen wir dann wirklich, Auslandspresse sagt nach einem Jahr, also ihr müsst einen neuen Narrativ finden, ihr müsst sozusagen ein neues Wording finden, ihr müsst eine neue Idee für die verbleibenden drei Jahre finden. Weil eins ist ja auch klar, durch das Krisenmanagement, durch diesen Krieg, durch die Folgen, Energiekosten, Inflation und anderes mehr, ist so viel Geld in die Hand genommen worden, in Sonderhaushalte, Sondervermögen nennt man das, ausgelagert worden, dass für das, was man ursprünglich ja vorhatte, Fortschritt, gesellschaftliche Liberalisierung, ja im Grunde überhaupt nicht mehr wirklich so viel Geld auch da ist. Und das sozusagen jetzt auch neu zu justieren, in ein neues Verhältnis zu bringen und deutlich zu machen, wir sind nicht nur reaktiv, jetzt machen wir nicht nur Krise und der Krieg in der Ukraine, das trägt jetzt auch nicht die nächsten drei Jahre, sondern das ist jetzt, glaube ich, schon eine Aufgabe und da ist Politik eben wesentlich, nicht nur arbeiten und Geld in die Hand nehmen und reaktives Krisenmanagement oder ankündigen, 100 Milliarden für die Bundeswehr und noch ist so gut wie nichts umgesetzt, das ist sicherlich eine Herausforderung auch auf der sachlichen Ebene, sondern man muss das Ganze, glaube ich, schon kommunikativ plausibler im Gesamtrahmen setzen und das ist sicherlich jetzt nach einem Jahr die große Aufgabe, vor allen Dingen im Kanzleramt. Vielen Dank für diese erste Runde, Volker Kronenberg. Und genau wie Sie sagen, das Ausland guckt durchaus auch auf uns. An diesem quasi fast ersten Jahrestag, an dem wir sind, hat zum Beispiel der Schweizer Tagesanzeiger noch einmal in der Kommentierung geschrieben, vielleicht müsste diese Koalition noch einmal über einen neuen Koalitionsvertrag, eine neue Agenda nachdenken angesichts der Herausforderungen, die wir seit Ende Februar haben. Und wenn wir ein paar Monate zurückdenken zum Beginn der Amtszeit, haben viele in den ersten Wochen, mindestens in den ersten zwei Monaten gefragt, das war ein geflügeltes Wort in Berlin, wo ist Scholz, wo ist der Kanzler? Aber spätestens das war seit Ende Februar, seit dem 27. Februar vorbei. Dann ging der Kanzler mit einer Regierungserklärung in den Bundestag und seither ist der Begriff der Zeitenwende im Raum hier nochmal ein Auszug. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Aus einem einzigen Grund, die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime infrage. Das ist menschenverachten, das ist völkerrechtswidrig, das ist durch nichts.